Was mich stört, dass in der Safe so ein Autos rumstehen. Weil ich nicht fahren kann. Ja, aber die sehen sehr farbbar aus. Außer, dass die Räder im Boden verpackt sind. Alle Autos sehen so weit farbbar aus, aber man kann halt leider keine Platz haben. Moment, ich muss erst mal kurz... Ja, Räder im Boden verpackt, ist auch nicht schlecht. Was trinken und was essen. So, weiter geht's. Trinken? Apropos, oh, das ist nur die Idee. Oh, ich muss gerade essen. Wartet mal kurz, ich muss mal was essen. Inventar... Was esse ich das? Rechte Maustaste und EAT. Oder du packst es dir so, wie ich das mache, und in den Inventar rein. Wo habe ich das? In den Schnell-Inventar. Gebracht hat das jetzt aber nicht. Was hast du denn gegessen? Chips. Ach, das hat bei mir schon was gebracht, jetzt gerade, wo ich Chips gegessen habe. Und das meiste ist halt hier dieses Dings, dieses Can of Tuna, der Toonfisch, der bringt am meisten. Ja, die Hand ist ja sowieso, äh, mit dem letzten oder vorletzten Patch haben die das ja bissl, wie ich gelesen hab, äh, ausgebessert. Also, Feintuning gemacht an der, äh, Energie, äh, Dings, Bums, da, Bums, Dings. Oh, ich kriege doch nicht mal so viel abgezogen, finde ich. Ja, ja, ich hoffe, dass ihr das, ich hoffe, dass ihr das noch ein Stückchen besser, besser, weil... Das ist immer noch, weil ich laufe jetzt und hab schon halb, halb Energie nur noch. Ja, wo bist denn du jetzt eigentlich, wo bist du jetzt eigentlich crazy? Bist du noch in der Safe Zone? Ich warte in der Safe Zone, ja, ich wollte ja nicht, dass wir uns verlieren, ne? Ja, weil, wir haben so, wir haben so doch gar nicht gefunden. Ja, deshalb sag ich's ja. Oh, Mann, es brummt euch durcheinander, Mensch. Duschen durcheinander. Ach, soll ich so Käse mit mir? Mann. Oh, cool. Das bringt ja richtig viel. Kokosmilch. So, irgendein Kokosprink, keine Ahnung, der hat richtig viel gebracht. Fast komplettes Trinken aufgefüllt. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Man merkt schon, der Odin hat seinen Hammer. Oh, ne, ich springe gerade, oh, oh, oh. Der springt hier wie Sonne, äh, wie Mario durch's Gras. Oh, 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 oh. Er hat seinen kleinen Hammer. It's me, it's mine. Ich hoffe immer, dass bei dem YouTube-Kanal, den dir jemand kriegt, dass die da das Interview mit Luigi mal langsam fortsetzen. Rocket Beans. Genau, Rocket Beans. Ja, die sind von Giga. Ey, das ist doch richtig geil, oder? Relativ. Da unten ist ein Bus. Tommi! Die Mike Platt, die Drecksau! Wie das eben kam? Du Drecksau! Ihr müsst zum Besuch gleich vorlaufen, weil ich hab ja keine Waffen. Dreck von mir, ein Hammer. Ah, cool. Ich hab noch einen Rucksack. Medium. Kannst du mir mitbringen? Ich hab nur einen Small. Ja, hab ich einen. Hast du noch Platz? Ich hab auch nur einen Small. Gehst du vor. Weil du nun mal eher da warst. Ja, ihr kriegt einen Christian. Wer mitnimmt es mir hier? Seid ihr schon im Wald? Auf der Autobahn. Wer hat denn den jetzt? Ich? Auf der Autobahn? Na gut, wir finden bestimmt einen neuen. In der Autobahn? Ich hab doch meinen großen Rucksack schon. Aber Tobi, Tobi hat auch noch einen kleinen. Ach so. Ja, dann gib'n Tobi. Ja, warte mal. Ich muss ja mal gucken, wo meine Stellung ist. Erstmal weg hier von der Straße. Ist mir ein bisschen zu heikel, Alter. Ein bisschen zu frei. Geil. Oh, was zum Futterhahn. Ich hab die Schnitte Futterhahn. Nehmen wir uns hier vorne die zwei, drei Häuser noch schnell mit. Das ist alles auf dem Weg. Ja, ja, die nehmen wir mit. Brauchen die auffressen und saufen. Denk ich, seid auf der Autobahn. Oh, geil. Kann ich diese komische hässliche Schettfenster links irgendwie ausblicken? Ach, für eine Autobahn überhaupt. Ach, eine Straße wollte er sagen. Ja, ich wollte Straßenbahn. Hier war ein Typ, hier ist ein Typ hier. Wo? Ich weiß nicht, das sind alles tote Zombies. Ja, ja, ja. Zombies, die aufstehen. Geil, tote Zombies, ja. Das sind wohl Zombies, du Nase. Tote, tote Zombies. Getötete Zombies. Ist einer hier neben mir noch wo? Ja. Ich kann mir mal vorstellen, dass die Zombies aufstehen. Ich guck mal, ich lock mal zu einem hin. Guck mir grad die Karte an. Na, die stehen auf. Ja, die stehen auf, du. Oh, das sind aber ein bisschen viel mehr. Ich krieg alleine nicht platt. Wupp, 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 auch Gundam Style. Hey, ich bin ja heiß begehrt hier. Ich bin tot. Klasse. Oh, ne. Weil Tobi helfen wollte. Weil Tobi helfen wollte. Lass doch die Zombies ihn holen. Das ist wieder typisch, Udi. Ich wollt Tobi helfen, weil der normaler einen Zink bringt von fünf Zombies. Ja. Tobi hat mich dann mit dem Hammer getroffen oder so. Ja, und ich hab die tot. Das steht doch da, wenn ich getötet hab. Das steht doch da, wenn ich getötet hab. Kobi, sammle mal bitte meine Maske und alles ein. Das steht doch immer da, wenn ich getötet hab. Und, und, und Rucksack. Da kannst, nimmst du den, kannst den großen Rucksack ja nehmen, Onkel hoch. Und, dass ich mein Zeug dann, dass ich mein Hammer wieder habe. Und, und mein Rucksack, mein Tarnrucksack. Wenn du keinen Platz mehr hast, ich hab, äh, Platz noch. Ja, irgendwie regeneriert sich das bei mir nicht hier, ey. Mein, hallo, you dead, wie sich... Enscape, quit. Achso, ja, muss ich ja wieder den Quip machen. So. Hau mal alles. Dann muss ich wieder auf den Server joinen. Achso. Achso. Hast du da was zu trinken? Udi, du musst jetzt einen neuen Charakter auswählen. Nö, so, Dings, Thunfisch. Ja, ich weiß, dass ich meinen Charakter auswählen muss. Thunfisch? Mhm. Denk dran, du kommst jetzt mit nichts. Cool, hier ist jetzt richtig viel Loot. Hier hinten ist auch noch richtig viel Back of Ships. Ne Note. Ich hole jetzt mal aus meinen anderen Charakteren das Fressen raus. I had to eat a squirrel today, freak this shit. Warte, komm jetzt noch mal bei der Zombie. Boah, guck mal, das Wasser, das füllt richtig viel auf, ey. Ja, sag ich ja, das hab ich vorhin auch gehabt. Da hab ich fast komplett aufgefüllt. Bei mir ist es jetzt voll. Auch nur deswegen, weil ich ein bisschen was trinken hatte. Echt nicht, bei mir war fast komplett leer. Und ich mach voll. Oder fast. Das ist immer noch voll. Oh, jetzt muss ich aber langsam mal was fressen hier. Ja, ich hab ja extra jetzt das aus meinen anderen Charakteren geholt. Odin, ne? Wenn ich dich getötet habe, tut mir echt leid. Mach doch nichts. Solange mein Zeug nicht verloren geht, ist das doch okay. Äh, ich hab alles dabei. Ja, mein Zeug war auch weg und dann hat einer meinen Rucksack geklaut. Ich hab den nicht geklaut. Irgendeiner hatten sich dann einwacht. Betroffene Hunde bellen. Ich hab ihn nicht wiedergekriegt. Das war, glaub ich, Bundy oder sowas. Ja. Und da wurde er dann gekillt? Oder lag der da auf der Straße rum? Das Schlimmste war ja noch, wo ich das erste Mal ja dabei war bei der Einaufnahme, wo dann der Rucksack der größte Rucksack weggebracht ist. Aber das ist doch nicht schlimm, Tobi, dass du mich da gekillt hast. Das ist doch... Wenigstens konnte ich dir ein bisschen helfen mit dem E-Zombie, weil... Du bist ja auch im Ring von Zombies. Ja, aber geht nie auf einen Haufen und schlagt auf Zombies ein. Das geht tödlich für einen aus. Ne, immer noch. Ja, es ist immer außen und immer getrennt. Weil da hatte mich nämlich... Wer hatten mich damals geschlagen? Ach, der Alpha, da wollten wir auch bloß hin. Ja. Ich hab voll eine mit dem Nagel... Das war... Wo wir das zum ersten Mal rausgekriegt haben. Ja, das hab ich rausgefunden. Ja. Ja. Weil es noch keine Gruppen gibt. Obwohl, doch. Gibt's ja. Aber... Wer weiß vielleicht, wenn man so einen Clan gemacht hat, und hat die Leute, die im Clan sind, zusammenspielen, dass man dann sich gegenseitig mehr töten kann. Weiß ich nicht, inwiefern das geht. Wär eigentlich genial, wenn sie sowas machen würden. Naja, bumm. Na, Udin. Das wäre dann wieder unrealistisch. Udin, was ist los? Ja, ich bin jetzt hier gerade irgendwo. Ja, wo? Gute Frage. Nächste Frage? Ich muss doch auf der Map gucken. Mach Karte auf, guck wo der Pfeil ist und man weiß wo du bist. Auf M. Ach du Scheiße. Ja. Was heißt denn? Ach du Scheiße. Ich muss nochmal Plus machen, dass ich ein bisschen zoome. Ich kann ja auch nicht zoomen. Klasse. Ne, Zoom-Funktion, die geht noch nicht. Äh, rechts bin ich hier irgendwo. An einem Safe Point. Kurz vor einem Safe Point. Rechts. Irgendwas ist hier oben am Rand. Der ist jetzt rechts bei dem Safe Point. Der kam auch gerade her von dem Safe Point rechts. Oh ne, oder? Pass auf, den Campus City ist ein Bandit. Viel Spaß, Udin. Ja, Udin. Hättest du nicht einen auf Rambo gemacht, wäre dir das nicht passiert. Ne, das ist mein Schutt gewesen. Ja, und Udin. Udin wollte ja noch, Rio. Udin, Udin ist immer schuld. Ja, dann mach ich erstmal nochmal mit, weil dann hole ich mir erstmal mein, lege ich mal das Zeug, was ich hier jetzt reingepackt habe, für Chris weg. Wir join doch mal, join doch mal mit einer anderen Figur von dir. Ja. Ja. Eine andere Figur, weil die zählen ja immer woanders meistens. Ja, na, das will ich dir jetzt versuchen. Achso. Und dann wälzt du, dass wir, dass wir drei jetzt praktisch gleich zusammen sind und du bist jetzt da, wo wir herkamen. Ja. Oder sie herkamen. Ha. Brauchst nicht zu sitzen, kannst ruhig du sagen. Sieht das Fressen aus. Wo ihr zwei Idioten herkamen. Fresse du Arsch. Sie zu... Dankeschön. Wir sind gleich da. Sehr gut. Ich stehe vor dem Eingang. Sie wundern, ich hab einen neuen, ne? Auf alles schießen, was nicht springt. Auf alles schießen, was nicht springt. Auf alles schießen. Ich spring doch nicht. Onkel, ich hab schon einen neuen Kerl. Das ist nicht mehr mein Armeetyp. Passt schon. Ja, eh vom Eingang. Beziehungsweise. Ach, deswegen läufst du jetzt ja nicht. Hast du bloß wieder eine Hand frei. Oder hast du eine Hand frei. Neuer Kerl ist da. Ach, das Maul. Mann, du musst uns immer so plausibel eingängig erklären, bis du das mal raffst. Hm, hm. Hm, hm. Doch. Nö. Kann man so nicht sehen. Komm schon mal runtergelaufen, Brazen. Ja, komm mal den Weg runtergelaufen. Gewille will er überlaufen. Komm, das Stück kann da jetzt auch mal rennen. Wir ruhen uns hier mal ein bisschen aus. Weil wir sind völlig... Jetzt bin ich... Delta Max oder so. Ach so, aber wegen sich noch zu selbst zu hören. Was, wo? Wenn hier welche irgendwo rumliegen. Delta Park. Was ist das denn jetzt schon wieder? Links, rechts, rum. Delta Park. Na links, äh rechts unten. Ach, Delta Peak. Ach du Scheiße. Ist ja noch weiter weg. Ach, stell mal noch eine Figur. Noch weiter weg. Also nochmal neu. Weg. Okay. Ja, ich weiß, ich hätte ja alles die Figuren verbraucht. Da kann er ja immer wieder löschen. Die Figuren. Ja, du hast den Lenz von Neumoden. Ja, eine habe ich noch erstellt. Eine habe ich noch. Kann ich mal auswählen. Und du kannst doch dann den Rest löschen. Und da wieder neu machen. Ja, ich weiß. Das zählt genauso wie der Set mit Respawn. Aber... Mein Gott. Jo. Da können sie sich gerade einfallen lassen. Da kommst du uns mal entgegen, Crazy. Ja, ich muss doch den ganzen... Ding außen rum erstmal laden. Weißt du, uns geht hier die Pumpe und du kannst doch mal den Weg hier runterkommen, du faule Sau. Ja, ich muss... Ich muss jetzt mal um das ganze Ding rumlaufen, weil der Weg genau auf der anderen Seite ist. Das ist ja gerade so doof. Wenn ihr da bei dem Weg seid. Natürlich. Ich dachte, du wartest vorm Ding. Vorm... ...Sapzone. Ja, ich denke, ich soll... ...den Weg langlaufen. Watt'n du? Ja, den einen Weg, der da... ...die Sapzone runtergeht. Ja. Richtig. Frag nicht. Lauf. Und da kannst du eben nicht direkt lang, weil da bin ich Sanddecke davor. Das heißt, du musst einmal außen rum. Ganz so. Ich bin jetzt auf dem Weg. Scheiße. Äh. Ah, das ist ja echt scheiße, du. Judiken dich. Ich konnte nicht scheue ich dich. Ah, ich seh ihn. Och, jetzt bin ich in... Ja. Was? Ja. Ja. Also, äh, jetzt bin ich so... ...mittig etwas rechts. Mittig etwas rechts. Also, zwischen der Mitte der Landkarte und... ...Global Peak. Crazy, spring mal. Boing! Global Peak. Wo seid'n ihr? Ja, Glob... ...Glob... 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 ...und jetzt bin ich aber noch ein Stück weit davor... ...jetzt bin ich da genau an der Straße irgendwie so. So. Wie sieht das sexy aus? Boah, dann warte ich um euch, ey. Das ist doch schweig. Da wollen wir ja gar nicht hin! Wir wollen ja hier oben auf das Military-Ding! Schau mal die ganze Weg zurück. Godin ist jetzt genau wo? Vor... ...dem... ...Safe-Point, wo wir grad waren. Ja, bei Campus City. Ja. Was macht'n der das? Ich weiß nicht, ich weiß nur. Ja, dass der immer da ankommt. Neuer Skin, ne? Also ich mach mir jetzt einen neuen Charakter. Äh, wirklich, ich geh trotzdem mal in die Save-Zote, weil ich muss mal kurz, äh... Kommt mal bitte mit, schnell, oder was weiß ich. Und wie du siehst, wenn du gerade durchguckst, die Straße ist mir nicht genau ein Sonntag davor. Da kommst du so nicht rein, musst einfach draußen rum. So, pass auf, liebe Leute, ich muss mal ganz kurz die Aufnahmen unterbrechen. So, wieder da. Ähm. Äh, wo ist sie jetzt, Odin? Hier. Hier, klasse. Na, ich mach bald meinen Charakter. Odin. Gibt neue. Ja, bringt mich viel. So. Ja, dann kommen wir jetzt auf den Server. EU-124 immer noch. Great. Bist du sicher? Ich bin sicher. Ja, nicht. Ja, stimmt, weil du den Namen doppelt hast. Nein, hab ich nicht. Great, okay. Ich kann deinen Kopf, ich kann deinen Kopf von innen sehen. Fuck. Da ist nicht mehr drin. Ne, da ist gar nicht drin. Wisst du? Ich hab mir sogar die Zähne von innen. Ja, wo kann ich go? Charakter, nee. Not sind Spezialsymbolen. Seit wann ist ein Ditte? Nein, immer. Ja, aber der heißt genau so wie meine anderen. Odin, Unterstrich. Arche, Unterstrich. Nämlich zahlt. Jetzt geht Unterstrich nicht mehr, oder was? Was ist denn für eine Logik? Oh, meine Unterstriche gehen doch auch. Ja, mein Spiel hat sich grad verabschiedet. Hä? Hm, aber Tobi ist auch hohl. Ja, die sind alle hohl. Wieso bin ich hohl? Ja, man kann wirklich durchgucken, wenn man in der Ego-Perspektive ist. Noct-Contact-Spezialsymbol. Ich dachte, das wäre jetzt auf mich bezogen. Ne, 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 ne. Ne, ja, ja. Ja, komm wieder, Tobi, schnell. Und das durchgeht jetzt nicht mehr. Ja, ist doch scheißegal, dann mach Odin, Hase. Odin, Hase, sechs, äh, fünf halt jetzt gemacht, so. Und jetzt, wollen wir da hin, wollen wir da. Da wollen wir ein bisschen. Odin, Hase. Odin, Hase. Oder Odin, Hase. Ja, genau, Hase. Odin, 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 Oase. Oder Odin, Blase, genau. Odin, der Hase. Oder Odin mit dem Hammer. Mit dem kleinen Hammer. Was ist denn mit deiner Frau jetzt noch rausgekommen, Onkel? Hä? Ja, Odin so beleidigt wurde. Ja, die ist schwach. Achso, achso, scheiße, das habe ich vergessen. Na eben. Ich bin so traurig. Hab ich vergessen. Wollte ich Bandi zusammen, scheiße. Na, ist egal. Gehört nicht hier rein? Nein. Er geht. Es geht. Es. Also ich, also liebe Zuschauer, die jetzt gerade denken, ich hab irgendwie, nein, ist nur Spaß. Aber ich muss Bandi, habe ich bloß was gefunden, womit ich ein bisschen rollen kann. Deswegen. Also wir streiten, wir streiten uns nicht wirklich. Nicht, dass hier irgendwas, Gerüchte rumkommen. Nein! Wo du mit, äh, wo du mit, äh, treuen kannst, oder was? Ja. Ärgern kannst. Jetzt bin ich ganz links. Hast du jetzt den neuen Charakter? Das heißt, wo bist du jetzt? Ja. Wo bist du jetzt? Äh, mit, alter, kann ich gar nicht lesen. Die Schrift ist so scheiße. Oben links, oben links, das Ding. Das letzte Kapp. Mit, 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 wills, keine Ahnung, ganz links halt. Water Station. Hm, Water Station, hey. Du meinst, da unten, über Frosty Pines? Ja, über Frosty Pines. Sag ich doch. Das ist die Water Station. Ja, die kann ich nicht sehen, ich sehe nur mit. Ja, dann treffen wir, dann treffen wir uns bei dem Military Base. Da wollen wir ja hin. Ja, ich bin auch gleich da. Das ist schon gleich der Weg. Wo ist die Military Base? Rechts daneben. No, what, Military Base? No, what, Military Base. Ah, okay. Alles klar. Ja, sag Bescheid, Kui, weil dann können wir dann los machen. Was soll man Bescheid sagen, du siehst doch, wenn er da ist. Ja, aber... Eine Karte? Nee.